so also dann zum zum lieben backmisch iweko von hohenkirchen wie gesagt ich kenne den bus noch nicht noch gar nicht gefahren aber hauptsache ein opa drin busfahrer buspilot kennen wir an sich sehr schön gefällt mir so ich suche jetzt vergeblich denn den knopf zum aufdrücken soweit ich weiß ein minuspunkt schon mal versteckt am scheibewischer ist auch nicht was anders ok dann müssen wir reingehen ja gibt leider schon mal einen minuspunkt knöpfe nach draußen das muss das das muss es sein so dann ah ja ok er piepst ja wenigstens etwas ok so hier oben war der fahrplan stellen jetzt einfach mal kurz was ein hast okay an sich gefällt mir ist der sport schon mal richtig gut was war das denn gefällt mir das quitschen dass das das knöpfe quitschen der knöpfe gefällt mir so das waren es jetzt ach sie mal an so funktioniert das also markiert hier drauf das ist das ebis plus vom drehen das ist das ebis plus vom drehen welches system ah ok es ist interessant ach das gefällt mir so schlecht was kommt nichts oder was was kommt nichts oder was also ist nicht schlecht und die sonderanzeigen wollen wollen nicht ah, da haben wir schon das gruppenticket geil das ist immer geil, das ist nicht schlecht also schwarz, so gefällt mir das eigentlich viel besser so, was haben wir denn noch schönes ach hei ja, da können auf jeden Fall die Mäusen schnell geklaut werden so, was war hier Klimafahrer ach, du klickst quasi auf den Boppel drauf und das Ding ringt schon los ok, interessant kann man nicht bedienen, schade ok also der Knopf gefällt mir auch schon mal das hat man auch lange nicht so das hat auf jeden Fall Potenzial ich habe sogar grün super freut mich ja so, Retarder, Licht gut ja Justin, das hätten wir gern was? die das hätten wir drin haben müssen die in der Anzeige? mhm ja aber egal, wir wissen noch ein Wunsch aber, ähm, guck mal die wechselnde Bilder dafür sowas müssten wir auch bei uns eigentlich drin haben das ist richtig nice ja, ich weiß, was du meinst aber es reicht, wenn wir eins drin haben so Beleuchtung oben jawohl, in schönen Grün jawohl gefällt mir gleiche wie bei einem nimm mal einen so was machen wir denn hier noch heller, ne? wo ist denn der Unterschied? ah, ich seh's ich seh's ach, guck mal da vorne ganz hell und du siehst die Anzeige da vorne schon gar nicht mehr alles auf Caravallo sonst ist gar nichts ist das hinten genauso? ja, ja, das war hinten nach vorne genauso ah, verdammt okay oder ist es nur Spiegel Spiegelsicht, der müsste nur anders ups ja, es spiegelt sich nur alles klar okay, sehr gut dann haben wir das so 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 Stress-Tür-Test klappt auf jeden Fall so Tierfreigabe mit drin okay okay wenn der eine Rampe hat kann er die rausschieben oder ist das nicht möglich ach so der hat diese komische Bremse okay ach, komm schon mach mich jetzt ins Schlapp naja Fenster kannst du sowieso aufmachen, oder? nein, kannst du nicht die Sitze kannst du auch nicht runterklappen schade da habe ich auch so mal zum Beispiel was sehr so Notan kannst du auch nicht riegeln aha ja alles ein schöner Bus ist zwar das schön kurz das Knieding hier kann man ja aber auf jeden Fall das mit dem Dashboard diese Animation für was für was ist das ist ordentlich schlecht also das ist auch wirklich wirklich gut gemacht aber wie gesagt das da oben mit den zwei Knöpfen das ist genau das was man eigentlich manchmal braucht wenn man gerade nicht immer den Schlüssel rumdrehen will achso Ruppe oh jetzt ist es mal real Gottes na gut ähm da fahren wir mal mit dem Ding oh der geht aber ganz schön hart in die Bremse rein der rutscht richtig rein ja der rutscht richtig rein so hab ich mir schon gedacht gibt das Ding her so ah ok siehst du die Ampel aber nicht ok du hast auch keine hoppala hoppala okay aber ich denke mal da kommt noch ein sound und bestimmt doch dazu aber ich weiß ob der sich so gut anhört so machen wir das was die stimmung nicht so gern mache aber egal jetzt ist das aber auch geschlossen worden ja geil und kein retard da drin schade also gibt auch schon mal einen minus doch der stock der ist bewegbar hier musst du auf deinem linkrad oder sonst was belegen okay weil er hat den Eingl. Ja, da geht in die Eisen. Ist das ein halber Hybrid? Ja, ich glaube, ja. Okay, Respekt, okay. Pluspunkt. Okay, Knopf, Knopf, äh, vorne fehlt. Druckluft, äh, Knopf, geht auch nicht. Gut, wir benutzen schon, aber trotzdem. 90, okay. Ich glaube, da vorne geht's abwärts, ne? Ne. Mal gucken, wie es sich zu den Kurven liegt. Oh ja. Ja, nicht schlecht. Hast du auch die Frostbickstärke? Ist variabel, aber... wow. Gefällt mir. Justin, den nennen wir mit auf. Den haben wir eh schon bei uns stehen. Den... Den... Den nennen wir mir... Den nennen wir für, äh... Metropole Ruhr. Den vorhin sind wir direkt. Ich glaube, das ist... Ne, ich würde den gerne da ausprobieren, weil, wie gesagt, mit 90... Das ist die Idee, als dieses Fahrzeug. Hoppala. Okay. Das war jetzt ein Donut, aber auf eigener Stelle. Schön stehen bleiben. Und schön auseinanderziehen. Perfekt. Ich wollte schnell Überzug spielen. Chapa, 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 da, chapa, chapa, chapa. Okay.